Hallo zusammen, hier ist wieder euer Anoulu Und der Randallman, hallo zusammen Wir haben heute ein neues gemeinsames Projekt angefangen das nennt sich 7 days to die Ich habe das bei mir schon mal als Singleplayer angefangen das werde ich sicher auch weiter spielen Aber Randallman hat das Spiel jetzt auch gekauft Ich bin neu, ich bin neu Randallman ist neu Juhu Und wir haben uns jetzt einen Server gemietet Und jetzt gehen wir zum zweiten Hoch mal schauen Was die Welt so bietet Meinst du da dazu? Genau Wir haben schon ein wenig angefangen Wie man sieht Ein bisschen, ein bisschen sind wir schon Ein bisschen sind wir schon gelaufen Weil ich es noch gar nicht gekannt habe Aber ich würde sagen, jetzt legen wir los So, laufen wir mal Ja, laufen wir mal Ja, meine Zuhörer, ich habe ein neues Mikrofon Juhu, ich habe Hurenfreude Ich hoffe, wir hören jetzt ein wenig besser Bei mir sollte es jetzt auch besser funktionieren Ich habe schon mal ein altes Live-Video hier oben gehabt und sofort wieder rausnehmen müssen Weil es unglaublich schrecklich klingt Juhuhuhu Ja, neuer Dings in dem neuen Patch geht an Brauchst du nicht mehr Lade irgendwie nicht Kein Plan, dass da los ist Ah, ich stehe durch. Ja, kranker Schöster. Du kommst dir vorher in den Samenstieg und jetzt in der Nacht. Die hat sicher Medizin. Wenn du auf den Fernsehen schaust. Floodbag, nehm ich jetzt mal mit. Ah, schau Randalman, weisst du noch kannst? Du kannst mal so ein Ding kaputt machen. So eine kackige Toys. Eine kackige Toys. Ja, aber das braucht ein wenig. Ja, das braucht ein wenig. Ein hartiger, kackiger Toys. Dann gibt es Jucca-Frut. Die kann schon essen. Okay. Sie sind nicht so wirklich beruschend, aber... Wenn man sozusagen auch braucht man die Kamente oder scheisse. Alles immer besser als nichts. Okay. Oder hat er so schnackig gehabt. Der hat sicher etwas dabei am Schlag. Äh. Also sicher hat mich der gebreit. Ja. 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 Nein. Die nicht so. Ich habe Steuung gefunden. Ich habe die Schuhe gefunden. . Ehm. Ich bin, ich bin quasig dran etc. Ähm. Ich glaube, mit Z kann man einfach money hardfetzen. Ja. Mit C. Nicht mit Z, mit C. Bei C. Das geht nicht, man muss sie kaputten lassen. став ich hier. halbe Ewigkeit. Und dann noch die Zombie hinten nach. Das ist eine tote Leiche. Oh, da hat es drei Bücher. Ich nehme zwei, hier eins. Dann haben wir gleich viel gelesen. Nein. Fuck. Ich wollte jetzt fünf geben, jetzt noch eins nehmen. Ja, wir haben jetzt zwei verschiedene. Ich meinte jetzt eins und andere fünf. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich. Du siehst, das Nest kannst du jetzt mitnehmen. Und dann kannst du es als Ausstellungsgegenstange kannst du es nachher bei dir hinnehmen. Oh, da kommt ein Zombie auf. Oh, da kommt ein Zombie auf. Voll wie so ein Nest-Armier. Das sieht nichts dabei. Die Kreckheit. Du siehst, du kannst alles kaputt machen. Hast du gesehen? Oh yes. Cool. Wo die Zombies zerreissen? Der Al sind ja. Oh, das sind mehrere. Ich komme, ich komme. Oh, da können wir noch mehr. Ich meine übrigens Anulu. Ja, Papa ist auch gut. Das spielst du dir keine Rolle hier. Muss ich bei dir auch nicht. Ich muss auch schauen, dass ich mich nicht verschnurren. Ja, das ist eben so. Dann hat es noch mehr. Wenn sie mir Kirche sagen, dann bin ich dir weggebracht. Ja, die Künstler nehmen, gell. Künstler mit drei Abonnenten, gell. Ja. Hast du noch Platz bei dir im Inventar? Äh, nein. Eigentlich voll, aber ich habe noch etwas vorgeschiessen. Versuch mal irgendetwas Sinnloses loszuwerden. So eine Knoche zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Das ist nichts. Okay. Hier oben hat es ein Ölfass. Dann musst du mal das Ölfass nehmen. Ähm. Sofass? Mhm, dort oben nicht weggegeben. Okay. Dann musst du es ins Craftingfenster rein, tut es mitten drin alleine. Sofass, hm? Wenn ich crafte, dann ja. Ja. Geht lang. Mhm, aber es gibt nachher 24 Ölfässer. Also 24 mal Benzin gibt es. Okay, wow. Nice. So, wir wollen das zweite Haus anschauen. Ja, aber es ist für Schicksal, dass du wieder hier bist. Ja, es hat schon etwas, ja. Es hat wirklich etwas. Ja, so eines gibt es. Sechs, okay. Oh, da ist ein Stings. Das ist ein Waffenschrank. Ähm. Und das geht eine Zeit, bis wir da der Tür sind mit der Rackst. Ähm. Ah. Ah, der Anulu. Er ist, wie man früher erlebt hat, irgendwie eine Angrissbirne gesehen. Ähm. Probiert er das irgendwie. Ein Geil kommt sicher nicht nach vorne. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Also ich komme da nicht durch, ähm. Durch die Mauer. Aber ich versuche mal raus. Ja, mit meinem Hämmerli kommen da alle rein. Es gibt zwar einen Spalt. Ich habe keine Chance. Ah, schau da. Habe ich das Teil auch noch? Ja, das Teil habe ich auch noch. Ja. Oh, das könnte lang gehen. Ah. Der Putz ist weg. Mehr geht nicht. Unsere Steinmauer ist sicher. Hm. Wir bringen nur den Putz fort. Das ist unsere Mission. Wir müssen da durch. Hm, hm, hm. Ähm. Ja, das Dach hast du vergessen. Müssen wir unten durch? Putz lassen. Ja. Ich habe noch einen Schauflen. Da kennst du ja aus mit... Ah, da kommt einer. Ui. Da steht der Vertreter. Wir kaufen nichts. Ah. 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 Ah, ich blühte. Das ist so Arschgeburten. Das sind die Dicken, die immer Sandwichen in der Tasche haben. Schau, das hat ein Sandwich drin. Ah. Also mit der Schauflen komme ich hier nicht in der Tür. Mal mit der Axt probieren. Äh. Das geht schon langsam kaputt. So, wieso eigentlich? Wir bodeln einfach von draussen durch. Es geht. Ah. Entschuldigung, die Tür. Ah, schau da. Mal ein bisschen Klöpferl, die Kamerade. Komm auch, ich muss dort etwas essen. Ähm. Wo habe ich die jetzt? Ähm, 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 ähm. Stehe meine Axt. Wer will sie rein? Nein. Wir wären einfach unbedingt bei euch. Nein. Bist du nicht ihr Ernst? Was hat die Armierung gesessen? Ähm. Okay. Nein, aber die Entwickler sind geglöse. Nein, das sind geile Seiche. Ich glaube, da muss man fast, ähm, von aussen. Da muss man gerne durchbudeln. Das kannst du nicht kaputt machen. Ich bodel mich jetzt einfach von draussen durch. Ja, mach das. Ich bodel in einer richtigen, richtigen Panzerknacker-Manier. Wenn das nur noch mal durchkommt. Kann ja nur noch mal gut kommen. Aber dass dann wieder rauskommst, Kollege. Ja. Ich glaube, dass die Hütte nicht auf die Grinke fällt. Ja. Ich glaube, dass die Hütte nicht auf die Grinke fällt. Nein, ich muss einfach ein wenig tief aufbudeln. Sonst fällt mir ja das Gefühl, sonst fällt mir schon schnell die Hütte auf den Kopf. Ja. Wir sind ja zwei richtige Stratege, oder? Haha. Aber du bist der Stratege. Du hast gesagt, du bist hier unten. Das klappt. Das wäre natürlich Hammer. Oh, ich sollte mal wieder essen und trinken, du. Ja, dann musst du schauen. Ich muss ja gucken. Das funktioniert nicht. Ich muss ja schauen. Wie weit bin ich eigentlich schon? Nein, das ist aber noch zu wenig. Ich glaube, ich gebe wieder den Tresor auf den Schädel. Ich glaube, jetzt bin ich gut. Warte, jetzt. Stell auf. Nein, das ist doch nicht cool. Ich bin tatsächlich im Holz unter dem Holzboden. Ich bin tatsächlich im Holz unter dem Holzboden. Haha. Und dann musst du auch noch in den Holzboden kommen. Das ist Holzboden. Den mache ich jetzt nicht kaputt mit der Angst. Geist. Geist. Ich bin gerade drinnen und schauen. Geist. Ich bin gerade drinnen und schauen. Heute drinnen und klären. Ich bin gerade drinnen und klären. Schwierig. Nein, nein nein. Wir müssen das abgabe. Ja, das war vorher geschlossen. Es dauert etwas länger. Aber... So komm... Hm... Ah... Jetzt werde ich ein Loch machen... Da habe ich langsam das Gefühl, ich komme da nicht durch... Und aber, als würde etwas brechen... Ja ja, aber... Tut schon lange nicht mehr, bis er gleich... Wo bin ich jetzt da? Bin ich jetzt zu wenig weit? Kann fast nicht sein, seit ich zu wenig weit bin... Hm... 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 Ich glaube, es war wirklich da nie... Es war wirklich mal warm... Ähm... Ist jetzt zu stark, ich komme jetzt hier rauf... Das Holz kann mich nicht zerstören... Damit er da drückt... Ah ja... Es geht so lange... Ich glaube, das wird nichts... Ah... Ich sehe zwar jetzt... Ich sehe zwar den Ding... Warte, vielleicht kann ich mich machen... Es ist ein Rache-Cay... Das wäre elegant... Schau mich da wieder rauf... Wenn ich zu... Probierst du es nicht... Nein... Nein... Sagt er es gleich... Ohne Probleme... Ah... Aber... Achtung... Da kommst du nicht durch... Oh... Hier vorne ist schon ein ganzes Loch... Schau... Es hat wirklich ganzes Rache-Cay... Aber man kann ja nicht rauf... Nein, aber er kommt zu uns... Ah du meinst... Das muss doch gehen... Oder? Muss gehen... Geh dir kurz ein Minütchen... Ja, ich kann schnell ein Kaktus-Gaschlag... Äh... Kannst du mir zurückholen... Kannst du die Dings mitnehmen... Ähm... Die Fackeln... Die Fackeln? Die Fackeln, die draussen hängen... Ja, mit denen kannst du die nehmen... Ich kann hier unten ein wenig leicht brauchen... Okay... Jetzt kommt mir dran... Ja, nur mal nicht pressieren... Dann kannst du einfach... Irgendwo in der Ecke schauen... Und recht im Austasten drücken... Schau dir das an... Er schwebt wirklich in der Luft... Hehehehe... Da kannst du noch... Da kannst du noch... Ja... Nice... Cool... Jetzt unten untersuchen... Nein, warte... Du hast die ganze Bühne... Du unten untersuchen... Nein, nein... Mach da... Auf meinem Let's Play... Weiss man wie das aussieht... Okay... Du musst ja glaube... Betriebs, wenn kommt... Dann geht's... Ja... Jetzt wird aber ein wenig bewachen... Das ist noch geil... Hör dich unten durchgeschaufelt... Nein... Nicht schlecht... Ähm... Ja, rechts... Warte, jetzt... Ah... Okay... Ah... Pistole... Eine ganze... Ehm... 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 Receiver... So viel findest du nur noch einmal... Einzelteile... Das sieht schon nach ganz aus... Eigentlich... Es ist noch einmal... Er... Er... Es ist noch einmal... Es ist noch... Es ist noch nicht... Du hast jetzt kaputtgemacht. Äh, ein Hase. Schau, der andere kommt zur Beertigung. Schau, schau, schau. Ja, also ich bin jetzt nachher gesessen, bis ich verwirrste. Können wir da lauten, Timo, oder ist da nichts drin? Mal, mal, mal. Ja, jetzt kann ich es nicht so machen. Ehrlich, nochmal kurz den Hase. Ein wenig Federn. Ähm, kann man hinten durch? Das ist, glaube ich, besser als hier. Oh, kein Wasser. Oh, nice. Sämli für etwas zu pflanzen. Da ist der Zombie drinnen eingesperrt, so wie das geht. Ah, der ist schon kaputt. Oh, das ist der Manga. Heute zusammen. Ähm. Das ist der Manga. Oh, das ist der Manga. Das ist ein Einfaches. Ja, das ist der Manga. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Ging noch einen da. So, gucken wir, was die uns an dir bei haben. Nicht schlecht. And an den Arsch. Ach, schon. Ähm. Schau, vielleicht kriegst du da noch etwas. Hast du noch Bandage? Ich habe noch, ja. Du musst dann das Auto schauen. Dort ein. Äh, hier kann ich nicht einfach essen, oder muss ich hier nebenbei sein? Dann kannst du einfach essen. Kann ich einfach essen? Ja. Eigentlich, ähm, alles was die Dose ist, kannst du sofort essen. Okay. Das ist die Dose. So. Okay. Hast du die Zombie da irgendwie? Mh, ein wenig weiter weg. Es sind noch ein paar. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Ein wenig mit der Steuerung einfach. Ich glaube oben drauf kann da auch einer sein. Willst du dir das Auto anschauen, Ort? Bis drinnen? Ah, okay. Ich habe noch nicht geschaut. Ich meinte, du hattest... Nein. Das lasse ich jetzt dir rüber. Ja, willst du eine Felge? Oder ein Pokal? Nein. Das ist gut. Ich wollte aufs Dach schauen. Okay. Ah, da hinten haben sie nach Zombies gesehen. Ja. Aber drauf wirst du kennen. Oh, Wasser. Oh, Zombie unten. Komm. Aha, komm. Oh, er hat da jetzt gar nichts gesehen. Ja. Oh, schön. Eine kann ablenken. Der andere kann von hinten. Ja. Ah, da kommst du rein. Schau. Ah, ja. Vorhin ist er schon aufgetaue, aber es hat so nach Zombies da. Auf der anderen Seite, glaubst du? Mhm, ausserhalb. Der ist Osterhall. In die Jache kannst du geil budeln. Wow. Was ist? Ein Millimeter Schuss. Ah, schön. Ähm, aber... Oh, Cowboyhaut. Cool. Und die Bücher sind die alle so gut, oder? Ähm, nein, nur... Kannst du auch die raus? Ähm, ja. Warte. Ähm... Nein, nein, es sind schon... Wenn nur ein Buch steht, dann ist das nichts. Okay. Also, es sind wirklich schöne Bücher, die schön ausgesehen beschriftet. Gut. Gut zu wissen. Ähm, du bist Voraussetzung? Äh, nein, ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Ich habe gerade drei Bücher gefunden. Du bist da... Ah, da haben jetzt auch weiter. Nein, hier drin bin ich. Schau, dort ist nur die Bücher her. Einmal zweimal und dann ist der Sieg. Cool. So. Oh, das Rezept habe ich schon. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich nehme das in den Boden. Ja. Dann tun wir dir das her, vielleicht steht das auch noch nicht. So. Aber ja, wir haben ja alles 0815 Bücher, oder? Ah, nein. Es sind 0815 Bücher dabei, ja. So. Es hört sich jetzt mal auf den Scheiss. Wir haben noch extrem Mühe mit dieser... Ah, das habe ich am Anfang auch gehabt. Vor allem, wenn wir so viele Daze Eing gespielt haben. Es ist auch schon gerade ein bisschen... Dann ist noch etwas anders. So, bestanden. Gut. Okay. Jetzt siehst du, ich habe schon unten. Mit dem habe ich mich dann so etwas verbarrikadiert. Was? Wir haben mich jetzt unter den Weg. Äh, die Waffe. Jetzt geht's. Yeah. Aha. Es ist eigentlich wirklich keine komplette Waffe, die ich da habe. Okay. Ja, du findest eben meistens nur die Teile. Er nimmt nur so komische Finger. Okay. Ja. Ich bin da draussen, hm? Gut. Scheiße. Also. Jetzt gehen wir dort hier rauf zusammen. Hopp. Wie gehst du da rauf? Ähm. Wie haben wir es gemerkt? Mit Gumpen, hm? Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir Abschied mit unserer ersten Folge. Für heute. Oh ja. Das ist doch eine gute Idee, hm? Ja. Doch schönen Ausblick. Gibt auch die Sache. Schön etwas erreicht. Ich habe auch die Panzerknacker gespielt. Haha. Ja, du bist der Panzerknacker. Haha. Ich habe nichts damit zu tun. Die Unschuldige. Und äh. Nächste Folge. Jetzt wird es ein schöner Tag. Dann gehen wir mal wieder ein wenig schauen, was uns noch erwartet hier. Ja. Ich würde sagen, merci vielmals für das Zuschauen, hm? Ja, merci. Au ja. Au ja Anoulu. Und der Randalman. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.